Was sind Ihre ersten Erinnerungen an Ihre Kindheit? Ja, das ist die Wärme des Strandes von Haifa. Ich bin in Haifa in Israel auf die Welt gekommen, 1951. Meine Mutter hat mir viel darüber berichtet, warum sie als junges Mädchen sich entschlossen hat, zu der Gruppe Menschen, heute würde man sagen, gezählt zu werden, die unbegleitete Flüchtlinge heute genannt werden. Sie wollte gerne Deutschland verlassen und die einzige Möglichkeit, die es für sie gab, war mit einer Jugendgruppe, Jugend Aliyah nannte die sich, das ist ein Ausdruck, der im Hebräischen bedeutet Aufstieg in das gelobte Land, mit einer zionistischen Jugendgruppe nach Palästina, dem damaligen britischen Mandatsgebiet Palästina, zu gehen. Andere Möglichkeiten gab es nicht. Ihre Eltern waren strikt dagegen. Sie wollten auf gar keinen Fall, dass dieses junge Mädchen das Zuhause verlässt. Und sie hat mir immer davon berichtet, wie ihr Vater, den ich nicht kennenlernen konnte, weil er nämlich wie andere Menschen aus diesem Teil der Familie in Auschwitz ermordet wurde, ein paar Jahre später, also wie ihr Vater immer versuchte zu sagen, naja, die Nazis sind jetzt erst mal ein, zwei Jahre an der Macht, drei Jahre an der Macht wurde es dann langsam, von 1933 bis 1936, von 1933 bis 1936 zog sich also diese Erfahrung meiner Mutter hin, zwischen ihrem 13. und 15. Lebensjahr ungefähr. Also mein Großvater sagte ihr immer, eigentlich meinen die gar nicht uns, uns deutsche Juden meinen die Nazis gar nicht. Die meinen die Juden aus Osteuropa und nicht uns. Guck mal, ich habe doch im Ersten Weltkrieg, der sagte nicht Erster Weltkrieg, weil da sprach man nur vom Weltkrieg, weil der Zweite war ja noch nicht gekommen. Also ich habe doch im Weltkrieg meine Knochen fürs Vaterland hingehalten. Ich habe doch für den Kaiser gekämpft. Ich bin doch Leutnant gewesen. Ich habe im Schützengraben geleben, vier Jahre lang, ja, im Weltkrieg, 1914 bis 1918. Da war er auch stolz drauf. Also ein deutscher Jude, der Frontkämpfer im Ersten Weltkrieg war, dem werden die Nazis doch nichts tun. Also vielleicht irgendwelchen anderen Leuten, die sie nicht mögen. Das war so seine Idee, seine Hoffnung. Und damit war er auch nicht so ganz alleine. Das erklärt auch, warum er und andere Teile der Familie eben nicht so schnell Deutschland verlassen haben, als die ersten Verfolgungsmaßnahmen gegen Juden einsetzten und immer deutlicher wurden. Ja, das ist mein Onkel Heinz-Igon Günther Laser. Ich habe ihn nie kennengelernt, aber er fehlt mir. Vielleicht fehlt er mir ja, weil ich ihn nie kennengelernt habe. Er war 17, als er in Auschwitz ermordet wurde. 1943, an einem kalten Märztag, am 2. März, wurde er mit seinen Eltern zusammen, meinen Großeltern, den Eltern meiner Mutter, in Hagen in Westfalen Richtung Paderborn und von Paderborn nach Auschwitz verfrachtet. Zweieinhalb Tage im Viehwaggon in der Winterkälte. Wie sie da angekommen sind, weiß ich nicht. Jedenfalls sind sie in Auschwitz nicht mehr als Zwangsarbeiter registriert worden. Und deswegen wissen wir, dass sie diese Zugfahrt oder die darauf folgenden Stunden in Auschwitz nicht mehr überlebt haben. Ja, ich denke oft an meinen Onkel und wenn ich meinen kleinen Enkel sehe, der Onkel hat, weil ich zwei Jungs habe, der eine ist natürlich der Onkel von meinem Enkel, dann denke ich manchmal für mich, ich hatte keinen Onkel. Und was Onkel Tobi mit meinem Enkel so alles macht, das konnte mein Onkel, Heinz, Egon, Günther mit mir nie machen. Das sind solche Fantasien, die in der zweiten, in der dritten Generation nach dem Holocaust, glaube ich, sehr, sehr typisch sind. Damit bin ich nicht alleine. Eine kann ich schildern, also wir waren gerade ein paar Wochen in Frankfurt angekommen, waren in so einem Selbstbedienungsrestaurant, die waren damals gerade neu und modern und war auch nicht so teuer. Und hatte mir da gerade so eine Götterspeise, dieses Glibberzeug, grün und rot, ausgesucht. Und am Nachbartisch saß so ein Typ irgendwie vor seinem dritten Glas Bier wahrscheinlich. Und irgendwie sprach ich aber da auch nochmal Hebräisch mit meinen Eltern, weil ich meine, das konnte ich ja auch. Und manchmal, das war noch so eine Angewohnheit, um meine Eltern so ein bisschen auf den Arm zu nehmen, weil mein Hebräisch besser war als deren Hebräisch. Und weil es ja auch eine Möglichkeit war, sich über Leute zu unterhalten, die um einen rumsaßen und die einen nicht verstehen konnten. Und ich glaube, ich habe auch über den Typ irgendwie so mich geäußert. Und da merkte er wohl mit den Blicken, dass ich über ihn spreche. Und dann sagt er, wo kommt ihr her und was redet denn ihr da für eine Sprache? Und das sagten wir dann so, ja aus Israel, Hebräisch. Und Juden, und dann kommt ihr hierher, es ist besser, ihr geht wieder zurück, wo ihr hergekommen seid. Das fand ich ziemlich einschneidend für mich so. Und von da ab habe ich dann in der Öffentlichkeit in Deutschland kein Hebräisch mehr gesprochen. Weil ich dachte, also wenn man damit hier auch noch bei blöden Leuten blöd auffällt, dann halte ich mich da zurück. Das war so eine Erfahrung, die ich sozusagen mit dem heutigen Bewusstsein als antisemitische Erfahrung für ein Kind wohl auch ganz bedeutsam werten würde. Sonst muss ich wirklich sagen, habe ich bewussten oder gezielten Antisemitismus so nie wahrgenommen. In der Erinnerung, wenn ich so manche Situationen zurückverfolge, die sich in den 50er Jahren abgespielt haben, ja, da glaube ich, haben manche Leute einfach ganz vorsichtig und zurückhaltend sich mit den jetzt plötzlich in Deutschland wieder auftauchenden wenigen Juden beschäftigt. Also es gab keine konfrontativen Erfahrungen. Aber schon so ein bleiernes Schweigen auch über die Vergangenheit, das gab es. Jetzt haben Sie ja eigentlich Ihr ganzes Leben in Deutschland verbracht. Und würden Sie ja sagen, dass Sie jetzt selber noch Judenfeindlichkeit oder generell Antisemitismus in Deutschland haben? Also ich persönlich zum Glück nach wie vor nicht. Aber wir lesen ja alle Zeitungen, wir sind ja alle medienaktive Menschen und man kann die Augen nicht davor verschließen, dass es nach wie vor oder inzwischen vielleicht sogar mehr noch als vor einigen Jahren Aktivitäten gibt, die Judenfeindlich sind, Antisemitisch sind, die sowohl verankert sind in den Kreisen der alten und neuen deutschen politischen Rechtsparteien und nicht-Parteien, rechtsgerichteten Individuen, die sich organisieren, wo und wie auch immer. Und es gibt natürlich auch durch den starken Zustrom von Menschen aus muslimischen, arabischen Ländern etwas, was als anti-jüdische Grundhaltung vielen Menschen im Bildungswesen vieler arabischer Länder vermittelt worden ist und sich in Deutschland dann auch niederschlägt. Also das hat ganz viel damit zu tun, dass es zwischen Israel und den allermeisten Ländern in der arabischen Welt nach wie vor keinen Frieden gibt, sondern ein großes Spannungsverhältnis. Es hat ganz viel damit zu tun, dass es für die Palästinenser kein eigenes Land gibt und dass der Staat Israel es in den letzten 20, 25 Jahren nicht geschafft hat, die Ideen zu verwirklichen, die es vor 25 Jahren mal gegeben hat, zu einem Zeitpunkt als ein Frieden zwischen Israel und Palästina greifbar nahe schien und der israelische Politiker, der das massiv vorangetrieben hat, ermordet wurde und zwar von einem radikalen Israeli ermordet wurde, Yitzhak Rabin, 1995. Seitdem gibt es keine israelische Regierung, die es wirklich ernsthaft geschafft hat, Frieden zwischen Israel und den Palästinensern herzustellen und dass es deswegen feindselige Gefühle bei vielen Menschen aus der arabischen Welt gegenüber Israel gibt, hat hier mit eine Erklärung. Man muss aber höllisch aufpassen, dass man nicht etwa sagt, der neue Antisemitismus, der wird von den Migranten aus den arabischen Ländern nach Deutschland gebracht. Das ist eine schöne Ausrede, die dafür sorgen kann, dass der alte Antisemitismus, der auch neu geschürt wird, im Kreis der politischen, rechtsorientierten Menschen, die in Deutschland beheimatet sind. Also den darf man nicht vergessen. Den gibt es nach wie vor. Und was ist Ihrer Meinung nach zu tun, um heute gegen Antisemitismus und jede Art von Menschendiskriminierung gewandt zu sein? Ja, Antisemitismus ist wirklich ein Teil von Menschendiskriminierung. Und ich versuche immer deutlich zu sagen, also Auschwitz, diese Massenmordfabrik, in der Millionen von Menschen vor allem, aber nicht nur Juden, ums Leben gebracht worden sind. Auschwitz ist kein jüdisches Thema. Und es ist auch kein deutsches Thema. Das ist ein Menschheitsthema. Und man kann nicht isoliert gegen Judenfeindlichkeit oder Antisemitismus versuchen vorzugehen, sondern man muss versuchen, den Gedanken bei möglichst vielen Menschen zu wecken und zu stärken, dass wir alle auf diesem Planeten Menschen sind mit gleichen Rechten auf Leben und Respekt. Und wenn sich am Ende tatsächlich möglichst viele Menschen darauf verständigen, dann brauchen wir über Antisemitismus oder Judenfeindlichkeit gar nicht mehr zu reden, weil dann hat sich das Thema von alleine erledigt. Ja, also das dann an unsere Fragen. Ja. Vielen Dank. Ja, ich danke euch für das Interesse und sehr, sehr für diese vielen Fragen. Genau, zum synchronisieren. Vielen Dank.